ja hallo und schönen guten tag viele grüße aus dem kaffee express ja willkommen für einen kleinen roadtrip wir verlassen gerade osterode am harz und machen uns auf den weg nach herzberg am harz ja wir haben es jetzt fast ende oktober und es wird auf jeden fall zeit winterreifer aufs auto zu ziehen im moment sind hier jetzt die temperaturen noch relativ moderat ich persönlich mag es ja sehr wie sich im herbst natur verwandelt auch die blätter sich so wunderschön färben bevor sie dann abfallen und die kraft wieder in die wurzeln zurückgeht ja zwischendurch muss man davon ausgehen und damit rechnen dass es öfter mal regnet und auch dass es mal windiger ist und so die fahrbahn auch natürlich mal ziemlich klitschig werden kann da geht es sich der ganzen situation anzupassen und dann spreche ich mit vorsicht zu agieren 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wir kommen in der Stadt Herzberg am Harz. Wenn ja, kannst du was tolles empfehlen im Bereich Osterode oder Herzberg, wo man vielleicht etwas essen gehen kann oder ähnliches. So denn, mach's gut, bis demnächst.